Ich habe eine riesengroße Freude, dass der Alexander bei mir in der Band ist, in der Schulband. Normalerweise nehmen wir keine Kinder aus der ersten Klasse, aber der Alexander ist so gut, dass wir den nehmen mussten. Und es hat sich ausgezahlt, mehr als ausgezahlt, wenn man sich das anhört, was du da heute abgeliefert hast. Wie superverlässlich er ist, wie toll er irgendwie sofort antizipiert und irgendwas dazu spielen kann. Also du hast wirklich ein super riesengroßes Talent, was Musik betrifft. Ich hoffe, wir arbeiten jetzt noch vier Jahre zusammen. Oder? Planen wir das? Ja. Applaus Ja. 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 Musik 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 Musik